Es ist uns ja mittlerweile klar, dass ein Objekt mit mehreren anderen Objekten in Beziehung stehen kann. Doch gibt es da noch zwei offene Fragen. Erstens, ob dabei Duplikate erlaubt sind und zweitens, ob die Reihenfolge hier relevant oder beliebig ist. In diesem Zusammenhang sprechen wir von der Eindeutigkeit bzw. der Ordnung von Assoziationen. Diese sind beide Gegenstand dieses Videos. Sehen wir uns die Ordnung von Assoziationen anhand eines Beispiels an. Wir haben hier eine Queue und diese Queue enthält mehrere Queue-Items. Und wenn die Reihenfolge der Queue-Items innerhalb der Queue eine Rolle spielt, so geben wir das Schlüsselwort ORDERT in geschwungenen Klammern am Beziehungsende an. Ähnliches gilt für die Eindeutigkeit. Hier gebe ich als Schlüsselwörter dann UNIQUE bzw. NON-UNIQUE an. Durch die Kombination der Werte von ORDERT bzw. UNORDERT und UNIQUE und NON-UNIQUE erreiche ich SETS, BAGS oder SEQUENCES. Nämlich, wenn ich keine Duplikate erlaube und die Ordnung keine Rolle spielt, also die Reihenfolge keine Rolle spielt, so habe ich eine Menge oder ein SET. Gibt es keine Duplikate, aber die Reihenfolge ist relevant, dann reden wir von einer ORDERT SET, also einer geordneten Menge. Habe ich Duplikate und die Reihenfolge spielt keine Rolle, so bezeichne ich das Ganze als BAG, eine Multimenge, eine Menge mit Duplikaten. Und wenn die Eindeutigkeit keine Rolle spielt, das heißt, ich Duplikate erlaube und die Reihenfolge eine Rolle spielt, so habe ich eine SEQUENCE, also eine geordnete Menge mit Duplikaten, eine Liste mit Duplikaten. Sehen wir uns den Unterschied zwischen UNIQUE und NON-UNIQUE anhand eines konkreten Beispiels noch einmal genauer an. Wichtig dabei ist festzuhalten, dass die DEFAULT UNIQUE ist. Das heißt, es sind keine Duplikate erlaubt. Wir haben eine N-zu-M-Beziehung zwischen Studierenden und Prüfungen und das Prüfungsmeeting wird als eigene Assoziationsklasse hier an diese Beziehung gehängt. Jetzt kann in diesem Beispiel ein Studierender mehrere Prüfungen absolvieren und eine Prüfung kann von mehreren Studierenden absolviert werden. Jedoch kann ein Student eine Prüfung nur einmal absolvieren, weil er UNIQUE-NESS gilt. Und dementsprechend kann ein Student für eine Prüfung nur ein Examen-Meeting haben. Wenn ich hier jedoch an den Beziehungsenden die Werte auf NON-UNIQUE setze, kann es zwischen ein und demselben Studierenden oder Studierenden und ein und demselben Examen auch mehrere Links geben. Und wenn es mehrere Links gibt, kann ich an jedem dieser Links ein Examen-Meeting hängen und dementsprechend kann es für eine Kombination von Studierender und Prüfung auch mehrere Examen-Meetings geben. Nun haben wir einen sehr ähnlichen Sachverhalt, nicht nur als Klassendiagramm, sondern auch als Objektdiagramm veranschaulicht. Wir haben hier eine N-zu-M-Beziehung zwischen Studierenden und Lehrveranstaltungen. Und an dieser Beziehung, die den Besuch modelliert, haben wir eine Benotung hängen. Hier gilt nun, dass die Beziehungsenden auf NON-UNIQUE gesetzt sind. Warum ist das notwendig? Wir haben hier den Studierenden CH, der besucht den Datenbanksysteme-Kurs. Und für den ersten Besuch bekommt er die Note 5 und hat die Lehrveranstaltung dementsprechend nicht geschafft, muss sie wiederholen. Daher besucht CH den Datenbanksysteme-Kurs ein zweites Mal. Und es gibt einen zweiten Link zwischen diesen beiden Objekten. Diesmal ist CH in Datenbanksysteme erfolgreich und absolviert den Kurs mit der Note 1. Damit ich aber überhaupt zwei Links, damit auch zwei Benotungen aufnehmen kann, müssen die Beziehungsenden im Klassendiagramm auf NON-UNIQUE gesetzt werden. Bis jetzt haben wir immer so getan, als wäre UNIQUE bzw. NON-UNIQUE ein Merkmal der gesamten Beziehung. Aber trotzdem haben wir bei unseren Beispielen NON-UNIQUE immer an beiden Beziehungsenden angegeben. Daher stellt sich die Frage, kann es auch Fälle geben, auf der auf der einen Seite der Beziehung UNIQUE gesetzt wird und auf der anderen Seite NON-UNIQUE. Grundsätzlich ist das konzeptuell nicht möglich, weil die gesamte Beziehung wäre UNIQUE oder NON-UNIQUE. Jedoch kann ich mich bei der Implementierung entscheiden, eine Seite auf einen anderen Wert als die andere Seite zu setzen. Sehen wir uns das hier an diesem Beispiel an. Wir modellieren eine Beziehung zwischen Schiffen, die Hefen anlaufen. Und es soll Folgendes gelten. Für jedes Schiff, wenn ich es betrachte, ist es wesentlich, wie oft welches Schiff in welchem Hafen war. Und wenn ich das ermitteln möchte, ist es notwendig, dass Duplikate in den angelaufenen Hefen vorkommen. Und daher ist der Wert auf NON-UNIQUE zu setzen. Für unser Informationssystem ist es aber nicht wesentlich, wenn ich den Hafen ansehe, wie oft welches Schiff in diesem Hafen war. Es genügt für den Hafen zu wissen, welche Schiffe dort waren. Und dann ist die Anzahl nicht wesentlich. Ich brauche keine Duplikate und der Wert kann auf UNIQUE gesetzt werden. Ich habe vorher gesagt, konzeptuell ist derselbe Wert auf beiden Seiten notwendig. Implementationstechnisch kann ich verschiedene Werte annehmen. Im Objektdiagramm als Folge davon ist die Visualisierung eines Beispiels wie diesem hier nicht möglich. Denn konzeptuell war das Schiff 1 zweimal im Hafen H1. Das wären diese beiden Links. Jedoch haben wir uns hier für UNIQUE auf der Seite des Schiffes entschieden. Das kann ich jedoch im Objektdiagramm nicht mehr darstellen. Abschließend können wir also festhalten. Wir sind in der Lage anzugeben, ob die Reihenfolge in den in Beziehung stehenden Objekten eine Bedeutung hat oder nicht. Intensiv haben wir uns um UNIQUE und NON-UNIQUE gekümmert. Das bedeutet, wir legen fest, ob in der Menge in Beziehung stehenden Objekte ein Objekt mehrmals vorkommen kann oder nicht. Somit haben wir alle Aspekte von Beziehungen kennengelernt und wir sind in der Lage, ein zusammenfassendes Beispiel dafür durchzumachen. Das bedeutet, dass es das Schiff gibt, dass die Reihenfolge in den Beziehungen eingeht. Untertitelung des ZDF, 2020